Hallihallo, wieder Grüße aus meinem Proberaum, wieder mit meinem Sonore-Designer-Set, wieder ein bisschen anders aufgebaut und mit ein bisschen Grooves und Fill-Ins, heute etwas inspiriert von dem großen Steve Gadd. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.